Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, der 23. Juli 2017, Geek Talk Daily 167. Heute das letzte Mal diese Woche mit mir, Martin Pukipsi-Rechsteiner, und ich habe die folgenden Themen für euch mit dabei. Microsoft Thermostat, SpaceX Yoga Book, Samsung S8 Pixby, Surface nach China, Marslandung, AVM Update, Pokémon Go, Meizu Pro 7 und Tasker 5. Wie ihr merkt, ein bisschen wenig durchmischelt, heute habe ich einfach mal Themenmischeln gemacht. Somit gehe ich doch gleich oder beginne gleich mal mit Microsoft, denn die haben mit Glass ein neues Device vorgestellt, genauer gesagt zusammen mit Johnson. Ist ein Industriehersteller für Thermostate und andere Geschichten. die haben ein neues Produkt vorgestellt, unter anderem Azure Cloud ist da mit dringend und Windows 10 IoT, wenn ich es richtig verstanden habe, soll ein Thermostat werden, wie ihr vielleicht von Google Nest und ähnlichen kennt, der zum einen weiss, ob ihr im Raum seid, der weiss, welche Temperaturen ihr gerne mögt, weiss, wenn ihr nicht im Raum seid und dann das Ganze entsprechend regelt etc. Schaut extrem schick aus. Und so ein Teil möchte ich durchaus stehen haben. Auf jeden Fall tausendmal lieber als ein Nest-Device. Aber das sind ja persönliche Präferenzen. Und von denen gehen wir jetzt weg, denn wir gehen zu SpaceX. Drüben beim Elon Musk, der hat nämlich seinen Plan ein bisschen über den Haufen geworfen. Und ich jetzt gerade die Themen, sprich wir sind beim SpaceX und das Teil lässt sich jetzt mittlerweile innerhalb von 24 Stunden wieder komplett ummodeln und wieder gebrauchen. Bis vor kurzem brauchte man noch 14 Tage dafür. Mittlerweile geht das Ganze innerhalb von 24 Stunden. Schon genial, was da alles so möglich ist. Und ja, mal schauen, wo es da noch in Zukunft hingehen wird. Tolle Neuigkeiten gibt es für allejenigen, die Lenovo Yoga Books mögen. Denn diese gibt es jetzt in zwei neuen Farben. Einmal in einem extremen Rot, also satten, starken Rot. Was für nach ihm, oder? Also zumindest die Farbe, nicht der Rest wahrscheinlich. Und in einem sexy Weiss. Das gefällt mir am allerbesten. Wird ab Dezember, September diesen Jahres erhältlich sein. Ab 549 Dollar. Je nachdem, ob ihr die Android oder welche Version auch immer nehmt. Ihr müsstet dann selber entscheiden. Wie gesagt, ab September soll es soweit sein. Wo mittlerweile soweit ist es mit Bixby. Bixby, der lustige Button am Samsung Galaxy S8, wurde ja zuerst für nach Korea, logischerweise für die Staaten, also Amerika freigegeben, hat dann lange auf sich warten lassen, Aufschub, bla bla bla. Mittlerweile ist es soweit. Der Bixby Button läuft in Amerika, in Deutschland, Österreich, Schweiz, soll es immer noch Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres werden. Mal schauen. Ich bin gespannt auf die ersten Berichte über den Bixby Button, sprich den Dienst dahinter, wie gut das Ganze funktioniert. Da war ja auch ziemlich viel Holperstein dazwischen. Wir gehen nochmals zurück zu Microsoft. Und da wurde nämlich ausgelagert und zwar nach China oder wird ausgelagert. Bis anhin, wusste ich nicht, wurden die Surfaces in Amerika, genauer in Oregon, in Portland, gefertigt. Das wird sich jetzt ändern. Da wird sich der Herr Trump sicherlich nicht freuen, der sich ja eigentlich stark macht, dass zum Beispiel Apple mit seinen Fabriken zurück in die Staaten kommt. Wenn da natürlich jetzt jemand außenstaatend weggeht, da hat er sicherlich keine Freude daran. Wir landen nochmals beim Herrn Musk. Und landen ist eine gute Überleitung, denn die Mond, besser gesagt die Marslandung, wird sich verschieben. Nicht nach Plan soll es das Ganze gehen, weil er will nicht mit der Dragonlanden-Kapsel starten. Was er und wie und sowieso, könnt ihr bei uns auf daily.geektalk.ch nachlesen. Da haben wir einen Link dazu mit der Beschreibung. An all die deutschen Hörer, ich weiss nicht, ob sie Österreicherinnen sie auch schon haben, und die die Fritzbox, die neueste, 7590 haben, freut euch drauf und macht ein Update, denn das OS, das Fritz OS, hat auf die Version 6.86 abgedatet. Solltet ihr installieren, denn es wurde fleissig am WLAN-Stabilität und DSL-Stabilität gearbeitet. Gewisse Telekom-Büchsen, also wenn ihr Telekom-gebrennete Devices habt, haben da auch gewisse Verbesserungen mitgemacht. Also somit unbedingt installieren. Und dann kommen wir noch ganz kurz zu einem Thema, was mich eigentlich gar nicht betrifft, Pokémon Go. Da gibt es irgendwelche legendäre Viecher, die man finden kann. Was genau, wie genau, hat mir heute Drachim in der Geek Talk News erzählt. Das möchte ich hier nicht nochmals machen. Sprich, das könnt ihr in der aktuellen Geek Talk News dann nachhören. 43.17 wird das sein. In den nächsten 1-2 Tagen wird die Sendung dann auch online sein für euch im Podcatcher der Wahl. Zu guter Letzt komme ich noch zu zwei Themen. Das eine ist das MySoo Pro 7. Ein neues Smartphone, eines mit Dualscreen. Hat nicht wie das JotaPhone, was ja quasi auf beiden Seiten ein großes Display hat, sondern ein normales Display. und auf der hinteren Seite ein kleines Display mit ein paar Widgets. Muss man mögen, kann man mögen, muss man anschauen, vor allem muss man ausprobieren. Es ist schwierig, da jetzt so drüber zu urteilen, wie man das findet oder eben auch nicht. Schaut es euch an, wenn nicht. Was ihr euch anschauen müsst, wenn ihr Android-Nutzer seid, ist der Tasker App. Die gibt es mittlerweile in der Version 5.0, also in der neuesten Version. und die ist noch mächtiger, als sie vorher schon ist. Über 200 vordefinierte Aktionen habt ihr da mittlerweile drin verbaut. Was ihr damit machen könnt, ist einfach alles Mögliche an Diensten und vor allem auch IoT-Geschichten und Smart Home-Geschichten untereinander lösen. Quasi das If-Dies-Then-That für Android, wenn man so irgendwie will, in ganz knapp und extrem grob zusammengefasst. Auf jeden Fall unbedingt eine Empfehlung. War meine allererste App, die ich in Android-Universum gekauft habe damals. Das waren die Themen, die ich heute für euch bereit hatte. Das waren die Themen, die ich diese Woche für euch bereit habe. In der nächsten kommenden Woche wird euch wieder der Achim begleiten, wenn ich richtig im Kopf bin. Ansonsten Sonntagabend werden wir euch zu gegebener Zeit informieren, wer das ist, über unseren Twitter-Handle at Geek Talk Daily. Ihr könnt uns natürlich auch auf unserer Facebook-Seite folgen. Und, ja, sonst wie ihr mögt, Podcast abonnieren und solche Geschichten. Ihr kennt euch ja aus. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Euch ein wunderschönen Freitag und noch viel mehr. Ein tolles Wochenende, das schon vor euch liegt. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.